Radio Raufas Am vergangenen Freitag, den 11. Mai 2018, waren die Firmenkinder dieses Jahres auf ein Rockconcert der Band Generations in der Gemeinde Halle in Blindheim eingeladen. Mindestens 17 Pfarreien waren mit fast 110 Kindern an diesem Abend vertreten. Aus fünf verschiedenen Gemeinden konnten wir einige Jugendliche vor das Mikrofon locken und haben sie zuerst gefragt, woher sie kommen. Aus Schwenningen Blindheim Unterglauheim Laugner Blinsbach Blinsbach Danach wollten wir natürlich wissen, was sie heute Abend erwartet haben. Dass sie coole Lieder spielen Dass der Film hoffentlich cool wird Dass der Abend cool wird Spirit Und sehr viel Musik und gescheite Musik Konzert Spaß Also ich habe heute Abend so ein Rockconcert draußen erwartet. Dann war es interessant zu hören, wie sie gelaunt sind und wie ihre Stimmung gerade ist. Sie ist sehr gut, weil alle voll viel Spaß haben. Meine ist auch supergut und ja Meine ist auch gut Gut Es geht Gut Es geht Meine Stimmung ist eigentlich ziemlich gelangweilt, weil es hier nicht so toll ist, weil man kaum das versteht. Nach ihrem Lieblingshit haben wir sie auch gefragt. Ähm, noch nicht, aber ich hoffe, dass sie hier Werner spielen. Also bei mir ist Halleluja Also bei mir ist auch, ich, hoffentlich kommt nur eine. Ähm, ja, das ist Chöre. Halleluja Einige interessante Lieblingsbands waren auch dabei. Ähm, Ron Direction Bei mir eigentlich auch, weil, ja. Ich habe eigentlich keine andere. Ähm, kann man doch nur einen Sänger sagen? Ja Ähm, dann, ähm, Mark Foster Imagine Dragon 1,8,7 Straßenbahn Ähm, Spongebot ist ganz klar. Dann wollten wir wissen, was für sie die drei schönsten Dinge im Leben sind. Ähm, Familie, Freunde und Haustiere Bei mir Familie, Freunde und Gesundheit Familie, Freunde, Verwandtschaft und Gesundheit Willi mit dem Fahrrad Willi ziehen und Fahrrad fahren, Willis ziehen, Fußball spielen Fahrrad fahren, Taekwondo, keine Ahnung Fahrrad fahren, Fußball und Sport Äh, also Geld, Freunde und, ähm, Zeit mit meiner Familie zu verbringen Ja, Zeit mit der Familie Äh, Freunde Essen Zuletzt bestand noch eine etwas schwierigere Aufgabe für die Firmlinge darin, zwei Sätze zu vervollständigen. Zuerst wollten wir wissen, was überhaupt Firmung für sie ist. Wie Kommunion eigentlich Äh, Firmung ist für mich auch wie Kommunion Äh, und ja Firmung ist für mich was Neues als Kommunion und was anderes erleben Gut Ein neuer Beginn Etwas Kirchliches Etwas zum Feiern Äh, die Nähe zum Heiligen Geist Und dann noch, was Musik für sie bedeutet Einfach wie ein Lebensteil, weil Musik braucht man einfach immer Also für mich ist Musik auch ganz wichtig und ja Musik ist für mich auch wichtig, weil ich bin ja selber und off und da macht es mir auch ganz viel Spaß beim Singen Cool Ein absoluter Hit Anhören Toll Also Musik ist für mich, ähm, Harmonie und blöde Noten Zum Schluss dürfen sie noch den Film Willkommen bei den Hartmanns anschauen Im Großen und Ganzen hatten die Firmkinder, obwohl es manche langweilig fanden, einen lustigen und spaßigen Abend Tanzen zur Musik, sangen mit und freuen sich jetzt schon sehr auf ihre Firmung im Herbst Sophia Oeferle für Radio Rauchfass Das ist das, was ich weiß, 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 was